Kroatien ist wunderschön, ob für einen Familienurlaub oder für den Angelurlaub. Doch auch in diesem Land ist ein Angelschein an der Küste gesetzlich vorgeschrieben. Kontrolliert wird wohl hauptsächlich in den Urlaubsmonaten und mit den Ordnungskräften dieses Balkanlandes möchte man sich sicherlich nicht anlegen. Doch zum Glück lässt sich der Angelschein leicht und schnell online beantragen. In diesem Video zeige ich euch wie. Hierzu ist der Browser Firefox zu empfehlen, mit anderen Browsern kann es unter Umständen Probleme geben. Den Link, den ihr in der Beschreibung findet, führt zum kroatischen Fischereiministerium. Die Webseite lässt sich oben rechts auf Englisch anzeigen. Auf der linken Seite findet sich im Hauptmenü der Punkt Fisheries. Klickt man diesen an, findet sich der Unterpunkt Licenses for recreational fisheries at sea. Auf der folgenden Seite findet man dunkel hinterlegt einige Rechtshinweise. Darunter kann man dann auswählen, wie lange der Angelschein gültig sein soll und was es kostet. Auch kann man auswählen, ab wann der Schein gültig sein soll. Das ist recht praktisch, so kann man das vorab erledigen und hat im Urlaub keinen Stress mehr. Darunter gibt es dann einige Pflichtfelder mit den typischen Informationen, die man preisgeben muss. Name, Nachname, E-Mail-Adresse. Aus Datenschutzgründen habe ich hier nicht mein reales Geburtsdatum angegeben. Achtung, das nächste vermeintliche Pflichtfeld ist eine Stolperfalle. Hier soll man bzw. muss man eine Permit-Owner-Pin eingeben, also eine Eigentümererlaubnis-Pin. Was soll das sein? Ich habe dazu nirgendwo nach zeitraubender Suche etwas gefunden. Schließlich stellt es sich durch Probieren heraus, dass man das Feld auch einfach freilassen kann. Im folgenden Feld die Passnummer eingeben. Anschließend die Zone an der kroatischen Küste, die man über eine Karte heraussuchen kann, die sich dort anklicken lässt. Anschließend noch zwei Angaben, wie und mit was ihr angelt. Die letzten drei Punkte sind sicher nur zu statistischen Zwecken. Da würde ich mich nicht lange dran aufhalten. Zum Schluss noch eine Adressangabe, welche, ob es der Urlaubsort oder eben eure Heimanschrift ist, wird offengelassen. Und dann zum finalen Abschluss noch zwei Kreuzchen, dass ihr allem zustimmt und dann geht es ans Kaufen. Bezahlen könnt ihr mit jeder herkömmlichen Kreditkarte. Es kann auch eine Debitkarte sein, also anders als bei der Mietwagenabzocke in Kroatien, zu der ich schon ein Video gemacht habe. Nach Zahlungsabschluss erhaltet ihr dann auf eure E-Mail-Adresse diesen Angelschein im DIN A4-PDR-Format. Und wie man zu solchen Barracudas kommt, seht ihr in einem anderen meiner Videos über Kroatien. Bitte liken, abonnieren und teilen.